Ja, ich war glücklich und ... In der Stadt selber dann hat es viele so auffällige Reliefe gegeben und Morales, also Wandbemolungen. Hier jetzt im Universitätscampus war das sehr eindrücklich, weil sich hier ja auch wieder die verschiedenen Ausdrucksformen mischen. Also der kubische Bau jetzt hier und die Fassaden, die wir am Anfang waren, in San Ignacio, in dieser Kirche, haben ja eigentlich auch so eine Vorderfassade gehabt mit so runden Elementen, wo jetzt hier verschiedene Weltbilder miteinander verknüpfen. Das Weltbild der Indianer und ein Weltbild, das in einer naturwissenschaftlichen Sichtweise auf die Welt begründet liegt. Und diese Mischung, das ist glaube ich schon das, was ich tief beeindrucke, was ein Alltag ist. Das war's! Die Kirche, die Kirche, die Kirche, die Kirche, die Kirche und der Kirche ist. Ich beteide es, also wenn wir mal vor, einmal mit dem stoppen in der Welt stehen.